So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, mal wieder Wundertüten. Und zwar die Mickey Maus Wundertüte Nummer 5. Für 4,50 Euro. Zwei Hefte, zwei Extras. Und weil es ja Mickey Maus ist, habe ich mir gedacht, gönne ich mir erstmal zwei. Um zu schauen, was da drinnen stecken kann. Also, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was jetzt in so eine Mickey Maus Wundertüte Nummer 5 drinnen stecken kann. Und wie gesagt, ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und, und, und. Und an alle die, die auch sich schon mal eine oder mehrere Wundertüten gegönnt haben, schreibt mir doch in die Kommentare. Nicht nur für mich, das wisst ihr ja, sondern, was ihr drinne hattet. Ob ihr das gleiche drinne hattet, wie ich jetzt hier drinne finden werde, oder was anderes. Ganz egal, schreibt es mir und alle anderen Zuschauern. Aber jetzt fangen wir an, die erste Mickey Maus Wundertüte Nummer 5 zu öffnen. Für 4,50 Euro. Ich bin richtig aufgeregt. Und ihr wisst ja, ich habe schon endlos Mickey Maus Wundertüten geöffnet, aber eben noch keine Nummer 5. Magazin Nummer 1. Und, tada. Cool, das ist genial. Der Typ, nein, der ist richtig cool. Und warum freue ich mich? Passt mal auf. Der steht nämlich, nehm mal einen Rechner. Und das Ding leuchtet wirklich noch. Aber die Batterie ist so langsam schlapp. Passt mal auf. Ich will jetzt nicht ganz ausmachen. Seht ihr? Der ist richtig cool. Licht an. Und er leuchtet. Es ist richtig cool, dass ich diesen Ersatz habe. Und ihr könnt ihn natürlich komplett verbiegen, wo ihr ihn hinstellen wollt oder sonst was. Der ist richtig cool. Also das finde ich jetzt perfekt, dass er wieder drinne ist. Und wann war er drinne? Nummer 9. 2016. Ja, das ist schon eine lange Zeit her. Aber stört mich nicht, ich habe jetzt einen Ersatz. Richtig cool. Und natürlich das Mickey Maus Heft. MM38 von 16.09.2016. Hat natürlich schon eine längere Zeit auf dem Puckel. Aber nichtsdestotrotz, wer es nur nicht hat, weiß jetzt, wo man es finden kann. Besonders das extra dabei. Jetzt kommt das zweite Magazin. Mach es mal spannend. Dreh um. Es ist etwas dicker. Und es ist... Und es ist... Ach nee. Ja, weil dafür ist das Mickey Maus Heft richtig dick. Das ist das Mickey Maus 25.11.2016. Für 3,50 Euro. Ja. Und das ist der Tresor. Der Fingertresor. Drauf drücken. Plastik. Was auch kaputt gehen kann. Hier ist er nochmal. Will ich jetzt nicht auspacken. Oh, Preisausschreiben. Gültig bis Dezember 2016. Warum die noch die Karte annehmen, wenn ich sie ausfülle? Oh, Pokémon. Das Magazin. Was ist denn da? Alles über das Spiel drin. Und ein paar Pokémons. Auch nicht schlecht. Also. Das war jetzt die erste Mickey Maus Wundertüte Nummer 5. Das ist perfekt. Meine Batterie ist nämlich so langsam alle. Ich habe euch das gezeigt, wie schwach er ist. Und er ist wirklich gut. Man kann ihn überall hinsetzen, stellen, festmachen. Er leuchtet. Es ist richtig genial. Da freut mich am meisten drüber. Aber jetzt kommen wir natürlich zu die zweite und letzte Wundertüte für heute. Von Mickey Maus Wundertüte Nummer 5 für 4,50 Euro. Jetzt bin ich gespannt. Ihr kennt ja meine Videos. Man hat immer meistens das gleiche drin. Es ist egal, wie viele Wundertüte man gönnt. Aber Mickey Maus ist es doch immer wieder was anderes. Und darauf bin ich jetzt gespannt. Erste Heft. Nein. Meine Helferleinleuchte. So. Es ist zwar schade, dass ich euch jetzt nichts anderes zeigen kann. Aber für mich ist es gut. Ich habe Reserve. Das finde ich wiederum gut. Meine Meinung. Und jetzt sagt nicht, es ist der Tresor. Nein. Es ist nicht der Tresor. Eine Pistole. Die Plastikkreise abschießt. Bin ich ja nicht so für. Jetzt gucken wir mal an. Deckel auf. Kugeln rein. Und wie fest das ist. Boah. Naja. Hauptsache eine Pistole. Aber nichtsdestotrotz. Das ist das Mickey Maus Heft Nummer. Oder 18.11.2016. Auch für 3,50 Euro rausgekommen. Aber zweimal mein Helferlein. Das ist richtig cool. Also. Einmal diese Ninja Pistole. Einmal ein Tresor. Und zweimal das Helferlein. Richtig cool. Und jetzt seid ihr gefragt. Was hattet ihr schon mal. In einem Mickey Maus. Wundertüte Nummer 5. Wenn ihr euch schon mal eine gegönnt habt. Oder auch mehrere. Schreibt es mir doch. Alles in die Kommentare. Und. Wie ihr den Helferlein findet. Bin ich echt gespannt. Also. Ich finde den richtig cool. Ich habe den wie gesagt. Hier an meinem PC stehen. Er leuchtet schön. Sieht auch witzig aus. Habe ich ihm ja gezeigt. Obwohl es die Batterie geht so langsam zu Neige. Aber jetzt habe ich ja. Reserve wieder. Für ein paar Jahre. Das war es also mal wieder. Von einer Wundertüte. Genauer gesagt von die Mickey Maus. Wundertüte Nummer 5. Ich hoffe ich konnte euch zeigen. Was drin stecken kann. Und sage deshalb. Wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.